Du hast von deinem Arbeitgeber eine Kündigung bekommen? Jetzt bloß sich den Kopf in den Sand stecken, jetzt wird es ernst. Was du jetzt machen musst, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Tim Schmidhäusler. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Geschäftsführer der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. Das ist wohl für jeden ein Schock. Plötzlich flattert die Kündigung vom Arbeitgeber ins Haus. Oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ganz wichtig ist, erstmal Ruhe behalten. Natürlich muss man was tun, wenn man eine Kündigung bekommen hat. Es gibt verschiedene Fristen, die man berücksichtigen muss. Man muss sich, wenn die Kündigung kommt, auf jeden Fall arbeitssuchend melden. Das heißt, setz dich mit der Agentur für Arbeit in Verbindung, damit du im Anschluss an das Arbeitsverhältnis auch Arbeitslosengeld bekommst. Wenn die Kündigungsfrist kürzer als drei Monate ist, musst du das sofort machen. Ansonsten reicht es drei Monate vor Ende des Arbeitsverhältnisses. Es gibt verschiedene juristische Kniffe, auf eine Kündigung zu reagieren. Das Erste, was ein guter Fachanwalt für Arbeitsrecht macht, ist, er prüft, ob auf der Kündigung eine Unterschrift ist und wer die Kündigung unterschrieben hat. Eine Kündigung ist nämlich von vornherein nur dann wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt. Schriftlich bedeutet, es muss ein Blatt Papier sein mit einer Originalunterschrift einer Person, die auch Kündigungen erklären darf. Wenn da jetzt der Geschäftsführer selber unterschrieben hat, der Geschäftsinhaber oder der Leiter der Personalabteilung, dann ist es wohl wenig zweifelhaft, diese Person darf Kündigungen unterschreiben. Aber unterschreibt ein Prokurist oder vielleicht irgendein Mitarbeiter im mittleren Management, da kann das schon fraglich sein. In dem Fall raten wir dazu, die Kündigungserklärung zurückzuweisen. Handelt es sich nämlich nicht um den Inhaber des Unternehmens, sondern um einen Vertreter. Ist eine solche Kündigung eigentlich nur wirksam, wenn auch eine Vollmacht beigefügt ist? Es muss also noch ein zweites Blatt dabei sein mit einer schriftlichen Vollmacht. Fehlt diese Vollmacht, dann kannst du die Kündigungserklärung wegen dieses Umstandes zurückweisen. Das musst du unverzüglich machen. Man sagt, in der Regel sind es so drei bis vier Tage, die man sich Zeit lassen kann. Und wenn du diese Kündigungserklärung zurückweist, dann hat das zur Folge, dass die Kündigung schon von sich aus unwirksam wird. Viele Arbeitgeber wissen übrigens gar nicht, dass man mit so einer einfachen Erklärung die Kündigung quasi unwirksam machen kann. Und reagieren jetzt auch nicht richtig auf dieses Schreiben, sondern sagen sich vielmehr, der Arbeitnehmer soll halt vor das Arbeitsgericht, er soll klagen, machen die anderen doch auch. Das Ganze wird vom Arbeitsgericht dann in Ruhe geklärt. Wenn der Arbeitgeber also so denkt, dann habt ihr schon viele Pluspunkte für das nachfolgende Kündigungsschutzverfahren gesammelt. Und damit kommen wir zu der fast wichtigsten Frist nach einer Kündigung. Das ist die Drei-Wochen-Frist für die Kündigungsschutzklage. Ganz wichtig, ihr müsst auf jeden Fall innerhalb von drei Wochen gegen diese Kündigung klagen. Und die Frist beginnt mit dem Zugang der Kündigungserklärung. Also eigentlich immer dann, wenn das Schreiben bei euch im Briefkasten landet oder wenn ihr es persönlich übergeben bekommt. Drei Wochen, das ist eine sehr krumme Frist, eigentlich untypisch, also nicht eine Woche, auch nicht einen Monat. Drei Wochen, das muss man wissen. Wenn ihr diese Frist nicht einhaltet, dann ist die Kündigung wirksam, völlig egal, ob sie unbegründet war oder offensichtlich rechtswidrig. Ihr müsst also zum Arbeitsgericht und ihr müsst diese Kündigung angreifen. Euer Fachanwalt für Arbeitsrecht erledigt das natürlich gerne für euch. Es gilt zwar vor den Arbeitsgerichten kein Anwaltszwang. Ihr könnt die Kündigung also notfalls auch selbst angreifen. Ihr könnt dann zur Rechtsantragstelle beim Arbeitsgericht gehen und der Beamte dort, der hilft euch bei der Formulierung der Klage. Aber wir empfehlen natürlich, das einen Profi machen zu lassen. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, aber ich habe doch eine Kündigung bekommen. Ich will doch in dem Laden gar nicht mehr arbeiten. Warum soll ich denn jetzt gegen die Kündigung klagen? Ich will doch nur meine Abfindung und dann suche ich mir einen neuen Job. Vorsicht! Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung. Die Abfindung ist in 99,9% der Fälle das Ergebnis einer Verhandlung, nachdem man die Kündigung angegriffen hat. Es gibt zwar seltene Ausnahmefälle, wo man einen Anspruch auf eine Abfindung hat, beispielsweise wenn es einen Sozialplan im Unternehmen gibt oder in vielen alten Tarifverträgen, gibt es bei einer bestimmten Dauer des Arbeitsverhältnisses dann irgendwann einen Anspruch auf eine Abfindung. Aber der Regelfall ist der, dass der Arbeitgeber kündigt. Der Arbeitnehmer klagt dagegen, formal auch mit dem Ziel, die Kündigung anzugreifen, damit er seinen Job behält. Und man einigt sich vor dem Arbeitsrecht dann, dass der Arbeitnehmer die Kündigung akzeptiert und der Arbeitgeber dafür einen Betrag bezahlt, die sogenannte Abfindung. Er kauft also dem Arbeitnehmer den Kündigungsschutz ab. Das kann man sagen, ist die Vereinbarung einer Abfindung. Und deshalb musst du unbedingt gegen die Kündigung klagen, um dir die Möglichkeit auf Zahlung der Abfindung offen zu halten. Das Verfahren beim Arbeitsgericht läuft dann so ab. Es gibt relativ schnell einen sogenannten Gütetermin. In diesem Gütetermin wird versucht, eine Einigung zu erzielen. Oft ist es auch so, dass vor diesem Gütetermin überhaupt keine Schriftsätze gewechselt werden. Das heißt, der Arbeitgeber oder dessen Anwalt kommt in diesen Gütetermin und dann wird mündlich erläutert, warum eigentlich gekündigt worden ist. Und dann versucht man eben eine Lösung zu finden. Oft diese Akzeptanz der Kündigung und die Zahlung einer Abfindung. Wir empfehlen natürlich auch da, möglichst schon mit Anwalt in die Verhandlungen zu gehen. Denn der Anwalt kennt natürlich die Erfolgsaussichten und alle Tricks und Kniffe im Arbeitsrecht und kann euch dann zu einer möglichst hohen Abfindung verhelfen. Wenn ihr dann die Kündigung am Anfang zurückgewiesen habt, sind die Aussichten, dass das Arbeitsgericht die Kündigung für unwirksam macht, relativ hoch. Und so habt ihr schon mit dieser ersten Zurückweisung die Weichen gut dafür gestellt, dass die Abfindung sich erhöht. Deswegen geben wir immer diesen Tipp. Wenn es dann zu keiner Einigung in diesem Gütetermin kommt, dann schließt sich meistens einige Monate später der sogenannte Kammetermin an. Und im Kammetermin sitzen dann drei Richter da und entscheiden tatsächlich über den Fall. Der Kammetermin wird dann durch Schriftsätze vorbereitet. Da muss man die prozessualen Besonderheiten im Arbeitsrecht kennen und spätestens dann ist es wichtig, dass ihr anwaltlich vertreten seid. Dabei müsst ihr allerdings eins wissen und darauf weisen wir ganz offen hin. Wir sind sogar verpflichtet als Anwälte darauf hinzuweisen, wenn wir ein Arbeitsrechtsmandat bearbeiten. Im Arbeitsrecht gibt es eine Besonderheit. Es gibt keine Kostenerstattung durch die Gegenseite, zumindest nicht bis zum Urteil erster Instanz. Das bedeutet, wenn ihr eine Klage erhebt und das Gericht entscheidet genauso, wie ihr das beantragt habt, dann muss der Arbeitgeber auf der Gegenseite euch trotzdem die Anwaltskosten nicht ersetzen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr im Arbeitsrecht eine Rechtsschutzversicherung habt. Dann könnt ihr sicher sein, dass die Kosten für euren eigenen Anwalt von eurer Versicherung übernommen werden und der Betrag, den der Anwalt für euch erstreitet, kommt euch uneingeschränkt zugute. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Prozesskostenhilfe zu beantragen. Das ist bei Menschen mit geringem Einkommen der Fall. Da bekommt man praktisch ein staatliches Darlehen für die Finanzierung des Prozesses, das man dann in Raten zurückzahlt und die Ratenhöhe richtet sich nach den Einkommensverhältnissen. Es gibt auch Fälle, bei denen dann der Arbeitnehmer gar keine Raten an die Staatskasse zahlen muss. Dann bezahlt praktisch der Staat den Anwalt für ihn. Da beraten wir dich gerne, wenn das für dich in Betracht kommt. Da gibt es auch amtliche Formulare, die man ausfüllen muss und so weiter. Aber wie gesagt, das sind seltene Fälle, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse eben so schlecht sind, dass der Mandant sich keinen Anwalt leisten kann. Also ganz wichtig, Ruhe bewahren, Beratung in Anspruch nehmen. Wir bieten im Arbeitsrecht auch eine kostenlose Erstberatung. Wir beraten dich innerhalb weniger Tage, wenn du eine Kündigung bekommen hast, damit du weißt, wie deine Rechte sind und was du machen solltest. Oder du guckst bei uns auf der Homepage, da haben wir auch allgemeine Informationen zum Arbeitsrecht. Oder abonnierst unseren Newsletter, da haben wir immer aktuelle Rechtstipps und Themen für dich. Und schließlich sind wir natürlich auch bei Social Media, also guck doch da mal rein. Gib uns ein Like oder mach das Plus weg, da freuen wir uns. Vielen Dank fürs Zusehen.